Sind Sie bereit? 3, 2, 1 Willkommen zurück, Freunde Willkommen ... ... ... Willkommen in unserem Haus auf Schwedisch Folge 15, Freunde mit dieser Musik Ach Ja, es ist Nacht und ich werde mir jetzt Gravel holen um eine Straße zu bauen Und ich werde nach Hause fahren Und nach Hause fahren Ich kann Kürbisse mitnehmen Ah, du bist ja auf dem Festland gewesen du alter Jude Na was? Pass auf, was du sagst Pass auf, was du sagst Ich hab keinen Müll mehr Ich hab keine Schaufel Wunderbar Ich hab keine Schaufel Ähm, ach da hinten ist ja so ein Ding Ich hab keinen Penis Ich hab keine Schaufel Was? So, ähm Dann werde ich jetzt mal kurz eine Schaufel bauen Denn ich werde Gravel abbauen Ja, Freunde, ihr habt richtig gehört Gravel Wow, was Gravel? Gravel So wie Gronkh ist seinerzeit immer sagt Wie Gronkh sagt Ich möchte Ich möchte jetzt Alter, die Scheiß Musi Blade immer neu Das gibt's doch nicht Die Blade immer neu Ja, die Blade immer neu Die Blade immer neu Die Blade immer neu Die Blade immer neu Alter Was ist eigentlich los? Minecraft Islands Let's Play Treffpunkt kranker Geister Hahahaha 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 Wir kochen die Oma Hahahaha Hahahaha Du bist doch so ein Spackgeburt Hahahaha Und da kommt wieder die Frage auf Wieso wir noch nicht 10 Milliarden Abonnenten hätten Hahahaha Das kann ich doch genau sagen Weil wir mir scheiße sind Ja, so richtig So Mh, richtig Ich brauche gebratenes Hammelfleisch Mh Ich alter Hammel So I'm an old Hammel Hammel Warst du schon wieder mal beim Pfeifen Warst du schon wieder mal beim Hummin? Nein, war nicht Wir können mal Werbung Wir können mal Werbung Werbung für lokale Restaurants machen Restaurants Oh, die depperten Hunde vom Nachbarn pfeifen schon wieder beziehungsweise bellen eigentlich Die pfeifen Alter, ich finde da keinen behinderten Graviel Das gibt's doch gar nicht Behinderten Doch, bei Roller So Ist da vielleicht ein Graviel? Graviel, wo sind Sie? Oh, ich bettel mich jetzt, Leute, ich bettel mich, ich bettel mich, ich bettel dich weg, du blöde Sau, denn du bist dumm und ich bin schlau, so. Oh, er ist tot, lol. Wo ist mein Boot? Fuck. Hier ist kein Gravel, das gibt's doch nicht. Es ist 23.15 Uhr und ich find kein Boot. Was, 23.15 Uhr? Ja, in-game. Boah, Leute, ich hab jetzt auf die Uhr geschaut. Wow. Zieh, hier ist so draußen, wo ist so voll hell und so. Oh, das ist so, das war's, ja, witzig. What the fuck? Alter, ich komme aus dem Loch nimmer aus, aber es gibt so ne... So, Blades Loch. Ich werde mich versuchen, hier durchzugraben, durch das Loch. Komme ich dann auf das Loch? Nein. Ich bin der Hons aus der Overfoods. Genau. Ach, hier war ich schon einmal und habe mich dem Abbauern gewidmet. Und hier komme ich auch wieder rauf, denke ich, wenn ich denn schwimmen kann. Und ich kann schwimmen. Oh mein Gott, what the heck? What the heck? Ich find hier keinen Gravel, ich werd jetzt mal schauen, ob es den nicht irgendwo auf dieser Insel gibt. Aber ich bin mir da gar nicht so sicher. Ach, gibt's den nicht immer am Meeresboden, den scheiß Gravel? Kann ich sein? Ich bin da auch, ja. Oh, da wird jetzt bestimmt ob ich da auch auf den Meeresboden, ich werd bestimmt nicht sterben. Das heißt, du hast dir schon so aufprobiert. Ich wohnt, nein, ich wohnt da, natürlich, ich wohnt da. Scheiße, das ist kein Gravel, das ist ein Ding, das ist der andere, ja. Ja, das ist der Sand, oder? Scheiße, mit der Wirfts, mit der Wirfts, mit der Wirfts, mit der Wirfts, nein, mit der Wirfts, ich stirbe, ich kratze ab. Ja, der ist nicht schlecht. Ja, jetzt hältst du mich fast leibend, der Brästs, ja. Warte, schierst du noch auf mich, ja. Gleich schierst du. Hoffentlich haben wir mir keine österreichischen Zuseher, oder? Ja, ich nehme die österreichischen Zuschauer gerade ein bisschen auf die Schippe, sagen wir es mal. Also, hallo, du bist scheiße, du kannst dich nicht treffen. Du hörst dich. Ja, hellsadivän, hast du Land, du Poyot. So, ich siehe Fackeln. Ich siehe Fackeln. Die Fackeln, die müssen wir gleich Opfer gehen. So, 59 Gravel. Ja, jetzt habe ich natürlich so einen Behinderten-Stor gekriegt, oder was? Ein Behinderten? So einen Behinderten-Mist-Stor. Das ist aber mir über die lange Pause da so witzig geworden, wie hat mir das passieren können. How could that happen? Ich weiß auch nicht. Alter, was bist du überhaupt für Anna, ne? Witzet. Ich habe uns Sachen mitgebracht. Pumpkin. Ich habe uns Sachen apportiert. Und welche Sachen hatten sie apportiert? Was war da ihre primäre Prämisse? Bleib mal steh. Bleib steh. Jo. Snowball. I like snowballs. I like them. I like them. Was hast du denn Schnee auf Schwedisch? Keine Ahnung. Also, Fleischbällchen hast du ja, Schottbüller. Oder Böller. Böller oder Böller. Ich weiß gar nicht. Ich glaube, ja, Böller. Schottbüller. Schottbüller. Gibt es jetzt auch immer, gibt es jetzt auch bei, Irika hätte ich fast gesagt, bei Ikea. Ja, genau, da gibt es jetzt auch. Meer, 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 Svenska Schottbüller. Hallo, ich grüße euch. Ich muss jetzt leider ein paar von euch töten. Ah, ich habe ja immer an Wazen. Ich brauche noch ein bisschen mehr Wazen, weil wir haben schon wieder ein Snahrungsproblem. Snow. Snow. Ja. Dein Ernst jetzt. SNÖ. SNÖ. Ah, da hätte ich auch selber drauf kommen können. Google Translator. Snowball. Also es kann jetzt entweder Ball sein oder... Warte, du kannst halt einfach eine Minecraft auf Schwedisch umstellen und dann weißt du es auch. Oh, nee, warte. Svanska. Wo ist es denn? Scheiße. Slenska von Slant. Was? Okay, was gibt es noch? Latina aus Latium und WTF. Was ist das? Und Letzebürgsch. Was? Spruch. Was gibt es noch? Ja, tatsächlich. Plattdütsk. Dütskland. Dann gibt es... Norsk. Norge. Es sollte bayerisch spielen. Und Pyknin. Bayerisch. Das war zu geil. Svanska. Svanska. Sehr gut. Stellen wir mal um. Freunde, es ist nur für eine Folge, also. Es ist nur für eine Folge, also scheißt euch nicht in die Hemden. Und irgendwie geht es um mir. Da fuhrke. Wirkbank. Was? Eisenachst. Eisenpickachst. Eisenchwert. Nein, wir sind 100% korrektbar. Okay. Klar. Klar. Ah ja. Tillbocker. Tillbocker. Sehr schön. Sehr, sehr schön, Freunde. Ach. Ja. So, also, was wollte ich jetzt tun? Ich wollte die Viecher formieren. Ich pflanze jetzt Pumpkins an. Dann können wir Pumpkins-Pupkins machen. Komma, komm, komm, Geselleminn. Da gibt es doch dieses mittelhochdeutsche Lied. Komma, komm, Geselleminn. Irgendwie mache, mache mich gesinnt. Oder irgendein Schmarrn. No, I know. Das ist voll unnütz, das Lied, aber egal. So, Freunde. Genauso wie ich satze auf eine Steine und da auf eine Steine. Warum satze ich mit einer Ellenbogen? Ich hätte in meiner Hand bis morgen mit einem Kinn und einer Wange. Und dann geht es noch irgendwie weiter, aber ich weiß es leider nicht weiter auswendig, Leute. Entschuldigt bitte, dass ich euch diesen Bildungschancen verwirre, aber ich weiß es einfach nicht. So, Freunde. Was haben wir hier? Hier, sechs, sechs, what the fuck? Egg, egg. Okay, ein egg. Bei dir, ein egg, bei dir, ein egg, bei dir, ein egg, bei den Lillebror. Für den Lillebror. Scheiße. Ich bin dumm, ich kann kein Schwedisch. Nein. Schlecht. Schlecht, genau so sage ich das auch immer. Können wir die Viecher schon wieder scheren? Ach, ihr habt die Schere nicht mitgenommen. Das ist natürlich schlecht. Sehr schlecht. Was ist denn los mit dir, Buhe? So, 62 Größe. Und eine Jörnsborde. Okay. Stehnsborde. Stehn, stehn, ich sah. Jörnswerd. Was zum Teufel. Rotford. Rotford. Was ist das denn? Das ist, äh, wie heißt es natürlich hier? Schafffleisch. Oh mein Gott, Rortfort. Ich werde jetzt jede Folge in eine andere Sprache einstellen und ihr müsst es dann raten, was es ist. Hallo? Hallo. Hallo, ich grüße dich. Ich grüße dich, ich grüße dich. Du bist ein kleiner Huse. Wasch du des? Wasch du des? Du bist ein was? Äh, mach mir, mach mir eine Schaufel und dann bring sie mir. Irgend. 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 Ach, Alter, ich liebe dieses Wort für Ofen. Es ist einfach nur geil. Eine Schaufel? Ich habe zwei Schaufeln. Du kannst mal Steinschaufel haben, du, alter Sack. Üben heißt das bei mir. Wie? Ue, wenn. Ue, wenn. Ob was hast du denn umgestellt, du Sack? Auf Letze, wirkst. Boot. Spruch. Musik-Eggereicher. Video-Erstellungen. Skin-Upassung. Was? Twitch-Erstellungen. Steir-Rum. Multispiele-Erstellungen. Äh, freil, freil. Geh, freil. Aber da gibt es doch noch eine bayerische Übersetzung. Wo fange ich denn jetzt am besten mit dieser Straße an? Where do we commence mit der Straße? Jetzt warte mal. North in the East. Ich muss da rauf. Ach, scheiße. Steh, Chef. Ich muss da rauf. Ich könnte an den Tunnel buddeln, aber ich do's nicht. Ich gehe dann rüber, ne? Ich do's nüber und dann do's da rein und so rein und was auch immer. So, also. Einmal, zweimal, dreimal, viermal, fünfmal, tausend. Der ist. What the fuck, was war das denn jetzt? Screenshot, gof, inner, gespeichert. Was? Pff, ein Screenshot war oder abgespeichert. Tausend. Tausend. Das ist deine korrekte Antwort. Yeah. A thousand years. Was war das gleich wieder für ein scheiß Lied? Das hat sich irgendwer mal, da habe ich noch damals einmal kurz im Kirchenkohar auskäufer gehabt, unseren asozialen Kirchenkohar, der nichts kann. Und, ja, ach, ich habe Kirche gesagt, äh, Sekte. Unseren asozialen Sektenkohar, der nichts kann. Ähm, und, ja, da hat sie irgendwie bei seiner, bei seinem Sektenritual zur rituellen Vereinigung fürs Leben. Mhm. Ja, hat sich da jemand, äh, dieses Lied gewünscht, dieses... Da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da und bevor ich jetzt bevor ich jetzt mit bonemeal ganzen pumpkin seeds da in die höhe züchte wenn wir die folge was am arsch wieso denn wir sind doch nur in 15 minuten du sagst aber 3 14 minuten ok wahrscheinlich sind es dann in echt 10 minuten aber es war das für scheisse ich schon wieder alter aber möchtest du mich jetzt verarschen oder so ja natürlich was ich war noch nicht 15 minuten aber nichts macht aber letztes 20 minuten auf dem ok es waren es waren es waren 20 minuten aber und jetzt möchte zehn minuten aufnehmen damit damit sie jetzt kompliziert genau am arsch der buch bist du behindert können also die zuschauer nicht dafür wusst doch was du übrigens gewusst dass die farm irgendwie sehr ineffizient gebaut worden ist dass du gewusst dass du scheiße bist ja wir machen natürlich nur spaß leute da steht ja gut dann noch mal folgen beenden wandern wenn der erste pampken gewachsen ist wenn der erste pumpkin blüht ja dann ist advent ja genau dies aber nicht wenn der pumpkin blüht ja sorry wenn der erste pumpkin brennt ja dann ist advent das war besser ja wahrscheinlich oder am anus war das besser genau war mir geht der grösser aus was der gravel geht mir aus der großen die aus mit auf letzte 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 bürger warte gibt mir mal er doch da ist ja gräbel das ist jetzt zu feier stehen geworden gräbel ja und das ist ja wieder zu feier stehen geworden gräbel graebel gräbel du bist ja gräbel du bist grös noch leicht besser als gräbel aber das ist irgendwie verwirrt also nichts gegen alle letzte britischen zuschauern ist doch irgendwie wo ist die stadt in hielstein oder keine ahnung welche stadt der letzte das ist lichtenstein du idiot ja eben wo wir gemeint meinst du lichtenstein statt gibt es da überhaupt lichtenstein starten oder doch in lichtenstein gibt zu lichtenstein start genauso wie in luxemburg jetzt muss ich mir aber ich glaube ich glaube jetzt wirklich ist luchsenburg ist oder ja genau eben deswegen ja war die lichtenstein deswegen google was lichtenstein lichtenstein sagt weil du scheiße bist die bringen wir jetzt um weil du scheiße bist maxi 434 treffende marken verholt maxi 434 astse fest um büten abgeschleunen halte ich glaube jetzt kleines hübert mann du do letzeburg land sehr gut und da gibt es noch ort ripsdor es ist ach ripsdor wieder auferstehen wieder ort oder so aufs tor stehen wieder aufstehen nach geile scheiße luxemburg ich hole mal kurz mein zeug wieder ja warte kurz ich muss das kurz in die aufnahme reinschneiden ich hab gerade dann 3 milliarden ping ja bei mir ist so ein stillstand und ich muss jetzt das jetzt ist ein stillstand so wikipedia artikel in die aufnahme einfach mal so provisorisch reingeschnitten so da luxemburg ich hab das auf bayerisch dann können sie die hochdeutschen menschen besser lesen was die logik ist fast wie meine schon gewusst bayerisch ist älter als hochdeutsch schon gewusst hochdeutsch ist scheiße ach die sprache in luxemburg die sprachensituation ist ein bisschen kompliziert die muttersprach von die luxemburger ist luxemburgisch ein deutscher dialekt sie ist seit 1904 der nationalsprache und der amtssprache französisch und das hochdeutsche sind aber offizie offizie amtssprachen offizie ja offizie nein offizie 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 hä das kenn ich gar nicht das wort also ich kenn's nicht in der ausprägung offizie ja offizie aber nicht offizie der hat sich verschrieben der dip ja oder vielleicht ist das ein anderer dialekt also so das müsste dort stehen was das für ein dialekt ist ja ja äh es ist boerisch aber da gibt es ja verschiedene arten von boerisch pillburger ich hab einen pillburger haa magst du auch pillburger nein so au schinken schinkenpizza 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 sand ach sand heißt sand oh mein gott walbo imon man ist wohl mal ok schweb 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 ich glaub'se gar nicht Es war kein Skeletor, der dir diesen Pfeil in deinen Anus verschafft hat. Aber, Mami, der schießt mich. Der schlucht mich. Bitte, bitte. So, okay, ist der erste Pumpkin schon gewachsen. Ach, übrigens, wir müssen mal... Ah, ja, meine Maus gibt eh gerade einen Geist auf, Sigi. Die möchte nicht mehr lang die... Okay, dann können wir jetzt die Folge wenden. Freunde, Freunde, Freunde. Heute haben wir viel erreicht. Ich habe eine Straße gebaut. Ich treffe den Markt für Hort. Ich habe auf Schwedisch umgestellt. Ja. Okay, warte noch kurz. Und ich habe keinen Snooze mehr. Wie heißt das denn? Grüß. 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 Grü. Grü. Ich glaube, es heißt Grü, oder? Warte, schau mal. Hüte dich. Hinter mich. Hinter mich. Einen leuchtenden Pumpkin. So, das ist aber auch super. Bei mir schaut er ziemlich scheiße aus. Ich sollte vielleicht auch mein Schader instillieren, aber ich habe immer Angst davor, weil ich habe früher immer Schader drauf gehabt, aber dann kommt wieder zwei Minuten später neue Version außer von Minecraft und dann läuft der scheiß Schader nimmer. Ich bin schon seit Jahrzehnten auf 1.8. Wie seit Jahrzehnten? Ja, ungefähr. Ja, wahrscheinlich, oder? Also, wir müssen jetzt leider die Folge wenden, Leute. Ja. Dann droht, hält Wetter und bis zum nächsten Mal. Servus. 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 Servus.